Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Oh mei, Stellenwerte. Wie soll ich mir denn das vorstellen? Da habe ich was gefunden. Schau, da habe ich eine Stellenwerttafel gefunden. Das ist vielleicht lässig. Vor allem ist sie riesig. Den Stellenwert nennen wir Einer. Der nächste Stellenwert, die Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender und die Hunderttausender. Jetzt schau, da haben wir zwei Einer und drei Zehner. Das sind dreißig und zwei ergibt für uns die Zahl zweiunddreißig. Jetzt haben wir Sechstausender, Neunhunderter, Nullzehner und Fünfeiner. Das ist für uns die Zahl sechstausend neunhundertfünf. Jetzt kommt nur ein Zehntausender dazu. Zu den Sechstausenden, das ergibt dann sechzehntausend. Neunhunderter, Fünfeiner ist die Zahl sechzehntausend neunhundertfünf. Du siehst, ich fühle mich gleich.